Zuhause Wo ist Jana? Sie ist im Wohnzimmer. Was macht sie? Sie spielt das Klavier. Wo ist das Auto? Es ist in der Garage. Wo ist der Hund? Im Garten. Wo bist du? Ich bin in Küche. Was machst du? Ich koche zum Abendessen. Wo sind Bill und Mary? Sie sind im Wohnzimmer. Was machen sie? Sie sehen fern. Wo ist die Katze? Im Garten. Was macht sie? Sie schläft. Anruf Hallo Jack, das ist Daffe. Ich möchte das Buch zurückgeben. Ich habe mir gestern Abend etwas von dir ausgeliehen. Bist du gegen 18 Uhr zu Hause? Jawohl. Ich werde Abendessen kochen. Ich hoffe, dass ich um sechs kommen könnte. Warum nicht? Ich will dich nicht stören. Keine Sorge, sie störe mich nicht. Okay, wir sehen uns um sechs. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Es ist schwarz. Leider haben wir gerade keinen schwarzen Regenschirm. Hier ist ein schöner Regenschirm. Aber dieser Regenschirm ist gelb. Das ist okay, gelbe Regenschirme sind dieses Jahr sehr beliebt. Entschuldigung, ist das Ihr Sonnenschirm? Nein, ist es nicht. Sind Sie sicher? Lage Wo ist die Schule? Es liegt zwischen der Bibliothek und dem Park. Wo ist die Post? Es liegt gegenüber dem Kino. Wo ist die Königliche Bank? Es ist neben dem Supermarkt. Wo ist die Tankstelle? Es ist um die Ecke von der Kirche. Wo ist der Friseur? Es ist in der Nähe des Busbahnhofs. Entschuldigung, können Sie mir den Weg zur nächsten Bank sagen? Ja, es ist tatsächlich in der Genfer Straße. Ich selbst gehe diesen Weg. Also, wenn du mit mir kommst, werde ich es dir zeigen. Vielen Dank. Gern geschehen. Meine Favoritenfotografien Wer ist sie? Sie ist meine Schwester. Was ist ihr Name? Ihr Name ist Jennifer. Wo ist sie auf diesem Foto? Sie ist in Torto. Was ist das für ein Gebäude hinter ihr? Sie steht vor dem CN-Tor. Kurze Antwort Ist Alice jung oder alt? Sie ist jung. Ist Bill groß oder klein? Er ist klein. Ist Peter Wohnung groß oder klein? Es ist klein. Waren die letzten Prüfungen leicht oder schwer? Sie waren schwierig. Ist Julie verheiratet oder ledig? Sie ist Single. Zu Hause. Wo ist Jana? Sie ist im Wohnzimmer. Sie ist im Wohnzimmer. Ich bin in Küche. Was machst du? Ich koche zum Abendessen. Wo sind Bill und Mary? Sie sind im Wohnzimmer. Was machen sie? Sie sehen fern. Wo ist die Katze? Im Garten. Was macht sie? Sie schläft. Anruf Hallo Jack, das ist Daffe. Ich möchte das Buch zurückgeben. Ich habe mir gestern Abend etwas von dir ausgeliehen. Bist du gegen 18 Uhr zu Hause? Jawohl. Ich werde Abendessen kochen. Ich hoffe, dass ich um sechs kommen könnte. Warum nicht? Ich will dich nicht stören. Keine Sorge, sie stören mich nicht. Okay, wir sehen uns um sechs. Lage Wo ist die Schule? Es liegt zwischen der Bibliothek und dem Park. Wo ist die Post? Es liegt gegenüber dem Kino. Wo ist die Königliche Bank? Es ist neben dem Supermarkt. Wo ist die Tankstelle? Es ist um die Ecke von der Kirche. Wo ist der Friseur? Es ist in der Nähe des Busbahnhofs. Entschuldigung, können Sie mir den Weg zur nächsten Bank sagen? Ja, es ist tatsächlich in der Genfer Straße. Ich selbst gehe diesen Weg. Also, wenn du mit mir kommst, werde ich es dir zeigen. Vielen Dank. Gern geschehen. Farben Kann ich dir helfen? Ja, bitte. Ich suche einen Regenschirm. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Es ist schwarz. Leider haben wir gerade keinen schwarzen Regenschirm. Hier ist ein schöner Regenschirm. Aber dieser Regenschirm ist gelb. Das ist okay, gelbe Regenschirme sind dieses Jahr sehr beliebt. Entschuldigung, ist das Ihr Sonnenschirm? Nein, ist es nicht. Sind Sie sicher? Ja, ich bin mir sicher, dass meine Sonnenschirm ist gelb. Meine Favoritenfotografien Wer ist sie? Sie ist meine Schwester. Was ist ihr Name? Ihr Name ist Jennifer. Wo ist sie auf diesem Foto? Sie ist in Torto. Was ist das für ein Gebäude hinter ihr? Sie steht vor dem CN-Tor. Kurze Antwort Ist Alice jung oder alt? Sie ist jung. Ist Bill groß oder klein? Er ist klein. Ist Peterwohnung groß oder klein? Es ist klein. Waren die letzten Prüfungen leicht oder schwer? Sie waren schwierig. Ist Juli verheiratet oder ledig? Sie ist Single. Wer ist wohl auch das? Nein, ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Sie sind mein Säufer.